Ich bin beides. Gescheit und blöd. Nein, ich bin gescheit blöd, sagen wir so. Er ist nur blöd. Ich bin immer das Gegenteil von ihm. Sonst funktioniert es nicht. Wenn er gescheit ist, bin ich blöd und wenn er gescheit ist, bin ich blöd. Nein, aber wenn ich gescheit blöd bin, bist du blöd gescheit. Meistens. Es gibt immer zwei Dinge, die du wissen musst, um im Leben weiterzukommen. Einerseits darfst du nicht immer alles verraten. Und zweitens? Ich weiß. Erstens, du darfst nicht immer alles verraten. Ja, ich habe es selbst schon verstanden. So deppert bin ich auch nicht. Ich war ein sehr patschendes Kind und auch ein bisschen dicker als die anderen. Aber dafür war in der Stirnerei immer der Zweite. Und die Erste war noch dicker und größer. Und jetzt habe ich mir irgendwann einmal mit 18, nein mit 20 Jahren, habe ich dann einmal zufällig schon geliehen gelernt. Und das, was ich auch schon als dickes Kind kennengelernt habe, obwohl ich sehr schüchtern war, habe ich immer sehr viel reden können. Also bei Prüfungen habe ich immer sehr viel reden können. Also ich habe nichts gewusst, aber ich habe viel geredet. Also ich habe viel geredet, aber nichts gesagt. Und die Lehren sind immer darauf eingefallen. Und irgendwann habe ich dann einmal schon geliehen gelernt und habe mit drei Bällen schon geliehen können, mehr als ich nicht kann und habe meine erste Aufführung gemacht. Und die waren so überrascht, dass ich, ich meine, ich war ja ständig verrufen als patschendes Kind, ja, als patscheter Mauer eigentlich, dass ich überhaupt mit drei Bällen schon geliehen kann. Und da waren sie so begeistert. Und ich habe nur erzählt von, also ich habe nur geredet und geredet und habe dann praktisch währenddessen nur drei Bälle schon geliehen und das war eine Fünf-Minuten-Nummer. Mehr habe ich nicht gemacht. Und die waren so begeistert und dann habe ich gesagt, hey, siehst du, das musst du ausbauen. Und ich habe immer mehr gemacht, immer mehr. Und mittlerweile kann ich sogar fünf Bälle schon geliehen und reden nebenbei. Also es war ein Zufall eigentlich, dass ich das geworden bin. Aber jetzt Wart- und Ball-Jongleur braucht sich gut nach und kostet nicht viel. Die Frage beantut ich nicht. Wie soll ich? Ich glaube, man muss im Leben auch das einmal probieren. Und die Hemmungen, zum Glück gibt es Alkohol. Du trinkst ja gar nichts. Verrat nicht alles. Bitte, du lügt vor die Kamera. Ich meine, das ist halt alles da live. Ich meine, du trinkst nichts. Mein Sohn hat mich mal gefragt, was machst du denn, du Berufling? Da habe ich gesagt, ja, ich mache Werbung. Ja, was ist das? Ja, tut mir ein bisschen übertreiben, ein bisschen lügen. Ja. Und dann ist einmal zur Schule gegangen und dann hat die Lehrerin gefragt, was macht dein Vater? Und dann hat der Burg gesagt, der lügt den ganzen Tag. Ja, und dann... Ohne Schmerzen, oder? Ja, ist echt. Ja. Ein schlechtes Schnitzel, auch nie ein Schnitzel. Es ist einfach die Grenze des schlechten Geschmacks. Nein, ich habe schon eine Grenze, ja. Es ist, also über Randgruppen, da hätte ich mich zum Beispiel nicht lustig machen. Über Südtiroler zum Beispiel, oder? Zum Beispiel, über Erben, da hätte ich mich nicht lustig machen. Ich auch nicht. Über Randgruppen? Niemals. Nein, nicht Südtiroler, sondern Randgruppen. Aber du weißt schon, was ich meine. Aber da gibt es irgendwie für mich Grenzen, ja. Also ich bin ja... Also ich denke mir, ich mache mich immer über Leute lustig. Also am liebsten mache ich mich über mich selber lustig und über die, ja. Genau, ich auch über die und über die. Über die. Über jemand, der schon am Boden liegt, soll man nicht drauf treten. Solche Geschichten, wenn es einem gut geht, dann kann man auch ein bisschen einen Witz machen. Aber sonst muss man schauen, irgendwie doch am Boden zu bleiben. Ist das ein schlechter Geschmack? Ich habe überhaupt nichts zum Essen, ich habe überhaupt keinen Geschmack. Der darf schon nichts essen. Aber nachher, ich habe schon so einen Hunger, das ist ein Wahnsinn. Für ihn nicht, weil er hat einen Platz. Nein, für mich ist das ein Moment, ja. Für mich ist das super. Für mich war das wirklich was. Ich wohne genau gegenüber vom Dom, ja. Und dann hätte ich wenigstens eine Woche, wo man der Turmjahremit nicht in meine Wohnung reingehlt, ja. Da könnte ich selber in meine Wohnung reingehlt, weil ich wohne wirklich genau gegenüber. Und der schaut mir praktisch genau in mein Wohnzimmer rein. Und da hätte ich eine Woche wenigstens eine Ruhe, weil dann kann ich reinschauen. Aber es geht nicht, weil dann müsste man das Thema doppelt so groß machen. Naja, wieder mit den dicken Schmäsungen, das interessiert keinen mehr. Dann bin ich still. Für mich wäre es gern, ich würde es machen. Ja, ich auch eigentlich. Ich würde schauen, wie lange es wirklich mit mir auszuhalten, wenn ich nur allein mit mir bin. Weil wenn ich mit anderen Leuten bin, kann ich mich mit anderen Leuten beschäftigen und nicht mit mir selber. Wenn ich eine ganze Woche da oben bin, dann müsste ich mich mit mir beschäftigen. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Der soll jetzt böse Gedanken. Das ist ein böser Geschmack. Nein, unbedingt. Nicht über Gott. Wir machen es ja nicht über Gott lustig, sondern über die Menschen, die in der Kirche glauben. Sie wissen, wer Gott ist und wie das mit Gott so geht und wie der das macht. Also die ganze Gescheiten, die in der Kirche sind. Und ich finde ja, ich werde das immer gemacht. Ich war ja als Religionslehrer damals schon. Also im Prinzip habe ich ja dasselbe. Mache ich jetzt als Kabarettist dasselbe damals als Religionslehrer. Nur jetzt ist der Vorteil, es kommen mehr Leute. Und sollen dann auch. Ja. Und sie horchen dazu auf allem. Das ist das. Sie horchen dazu. Ja, nur die ersten zehn Minuten. In der Religionsstunde waren es nur zehn Minuten. Jetzt sind es 20. Ungefähr zwei Stunden horchen sie zu. Ich bin von der katholischen Kirche geklagt worden. Wieso? Weil ich den Kirchenbeitrag nicht zahlt habe, pünktlich. Dann habe ich versucht, denen weiszumachen, dass ich ja nicht entschieden habe, römisch-katholisch zu werden. Das waren meine Eltern. Die haben mich ja getauft gegen mein Einverständnis. Sie sollen das Geld von meinen Eltern holen. Das haben sie gesagt, das geht nicht. Na bitte, als Kabarettist hast du ständig Gruppis. Also was ich von Kollegen gehört habe. Echt? Ach denen schmeißen sogar die BHs auf die Bilder. Ja, genau. Stimmt. Aber es ist wirklich, ich erzähle immer. Alle Kollegen erzählen, du hast dich auch. Und die tauschen sich praktisch aus, wer da war. Und ich sage, boah, das wäre. Und wir sind auch so gegangen wie dir jetzt. Was, was redest du? Also wir sind, glaube ich, die einzige Kabarettist, die keine Gruppe haben. Ja, haben wir leider keine. Wir hätten gerne welche, oder? Du bist ja nicht mein Kabarett. Ja, aber ich hätte auch gerne welche. Aber du hättest auch gerne welche? Ja, genau. Kannst du einen aufmachen? Nein, ich mag es. Liebe Fans, liebe Faninnen, liebe Faninnen, Faninnen von Planet Live TV, mein Kollege, dieser gestandene Mann sucht Groupies. Nein, er. Ich such keine Groupies. Ich such keine Groupies. Du suchst Groupies. Du suchst Groupies, ja. Ja. Und schickt das dann weit, oder wie? Das ist ein Vorschlag, ja. Bei mir ist es so, dass ich eben auch selber Fanbriefe schreibe. Und so mit so einem Lippenstift, Pussy auf dem Ding zu haben. Weil ich habe eine Brieftragerin, die möchte ein bisschen leifersüchtig machen damit, damit ich sehe, oh, das muss berühmt sein. Aber das hat auch nicht funktioniert. Du siehst den Cut haben. Das war das einzige Mal, weil ich gesagt habe, Augen zu und durch. Das mache ich nie mehr. Das hat weh getan. Ich mache schon die Augen auf. Augen auf und durch eigentlich. Weil Augen zu und durch. Das kann weh tun. Ja, ich habe zum Beispiel, ich merke das, ich bin ja sehr stimmungsabhängig. Ja, ich merke sogar, wenn ein Bäcker schlecht drauf ist, merke ich, dass das einmal nicht so gut schmeckt, wie wenn er gut drauf hat. Und bei mir ist das auch so wirklich. Und ich habe mir geschworen, ich mache es sicher nicht so wie der Bäcker, dass ich schlechtes selber mache, sondern auch wenn ich schlecht drauf bin. Ich bin einfach, das ist mein Job. Lustig sein. Ich habe einen Trick. Wenn es mir wirklich einmal sauschlecht gehen sollte, schaue ich mir ein Foto von ihm an. Und dann denke ich mir, dem geht es noch schlechter eigentlich. Und dann geht es mir wieder besser. Nein, nein, da darfst du mir noch denken. Das kann ich gar nicht sagen, was man da denkt. Wobei ja, die Zimmer 09, das mache ich ja nur mit ihm. Ich muss jetzt aufklären, das Grüne Wendt Lina und Weinstock mache ich ja mit anderen. Also das, und das Grüne Wendt Lina ist ja, weil der Kollege, der Linhardt, der Weinbauer ist. Der ist wirklich ein Weinbauer. Der hat einen eigenen Weingarten. Und das, ich bin der Weinstock, ich seit der Flaschen, ist ja auch das Bibelzitat praktisch. Und ich persönlich, und jetzt kommt nämlich der Überhammer, ich trinke eigentlich nur Bier. Nein, vom Weingrücksturmanten nicht zusammen. Ich bin in Südtirol aufgewachsen mit einem Eisaktaler Silvaner vor der Nase. Was hat einen? Ein Eisaktaler Silvaner. Ja, ist ein Weißwein. Ich dürfte der Obelix, glaube ich, in den Zaubertrank hineingefallen. Ich dürfte in so ein Eisaktaler Silvaner Fass reingefallen sein. Und ich glaube, die Nachwirkung habe ich heute noch. Ich greife zwar keinen Wein an, aber ich brauche nur Riechen. Und ich verfalle in dieses alte Muster von damals und fange dann an zu stottern, zu ganz nervös zu werden. Nächste Frage. Nächste Frage. Was heißt der Regenswert auf Italienisch? Keine Ahnung. Es ist lang her. Es ist so lang her. Oder keboi, Cuccio. Cuccio, was? Cuccio. Was heißt Cuccio? A Luschi. Genau. Ich sage aber gleich Luschi, weil Cuccio und Luschi ist dasselbe. Cuccio ist lieb. Mit der Handbewegung. Cuccio. 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 My English is not the yellow from the egg. Und danke für die Sinti-O müssen wir jetzt sagen, oder was? Danke für die Sinti-O. Danke für die Sinti-O. Danke fürs Kommen. Danke fürs Kommen. War super. Echt? So, aus. Aus. Schnitt. Cut. Ende.